So, dann Graves-Bahn. Lass mal gucken, ob die Vlad-Bahns und Kaiser Spät-Bahn. Kevin, bist du da? Ich bin da. Nice, dann band mal Graves. Der geht an die Aufnahme, mein Junge. Immer first, wie geht's, ne? Ja. Ja, first, wie geht's mit Wladimir first? Ja, Wladimir, oder wenn Wladimir gebannt ist, Kaiser. Das heißt, 4. des 2. Band. Will du Brad oder so ein Scheiß? Weg. Für das 6, ne? Jetzt Brands oder so, oder was wollt ihr dann? Camille, Brands, Wladimir und Kaiser noch offen, ne? Ah, stimmt, ja gut. Aber wenn die Kaiser picken, kann ich TF-Pinger, also ist wirklich gut gegen Kaiser. Okay, dann sollten wir was anderes gehen. Und dann sollten wir irgendwie Brand oder Knappi, ja. One von mir ist Jesu, und guck mal, ob der dann pickt. Jesu war one? Jo, das war jetzt nie das Problem, aber... Nein, 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 nein. Ich glaube, das ist so gut. Ich glaube, ich kann auf der Lange mich knechten. Der war Wladimir oder Kaiser? Okay. Ich würde sagen, wenn Kaiser hoffen ist, gehen wir Kaiser, Jungle und ich spiele Eagle. Oh, die gehen Eagle. Gehen wir Eagle gegen Eagle? Alter, sagen wir nicht, die gehen jetzt hier noch versuchen. Oh, nö. Okay, wollen wir Kaiser-Braun dagegen spielen? Ist Anderke da? Ja. Hast du dann Kaiser spielen oder soll ich Kaiser spielen? Ich glaube, es ist besser. Ich habe Kaiser schon gespielt. Ich auch. Ich habe einen Pentakill im King auf Spannung mit der gemacht. Ja, du kannst übrigens auch Kaiser spielen. Ist das so die Frage, was spielen wir Mitte? Braum. Alter, ich rede schon wieder die ganze Zeit. Soll ich dann Braum mitte spielen? Kannst du von mir aus machen, ja. Also, wir können ja gucken. Also, ich habe Braum halt echt so viel gespielt. Wir können in Karma irgendwas spielen. Ein bisschen Geld brauchen wir schon. Wir können Karma TF spielen. Braum. Hier können, ob es noch irgendwas gibt, wo wir in die Combo geil spielen können. Ja, ja, ich bin Mitte Braum und... Obwohl, Jenna ging ja auch. Aber Jenna braucht ja ein bisschen mehr Gold. Also, ich... Meinst du jetzt wegen mir Botlane oder was? Ja, du kannst doch Morgana Botlane spielen, oder? Ja, ich kann Morgana oder Jenna spielen. Dann gehe ich mit in den Braum. Okay, habt ihr die Combo schon ein bisschen gespielt? Ja, Tim diktiert mich schon. Fast schon. Weißt du, wie das läuft, Tim? Wie bin ich? Ach, da. Was machst du denn gerade? Bitte sind wir gerade hier irgendwie... Ich habe gerade... Ich musste gerade noch was schreiben. Was ist los? Masturbieren. Weißt du, wie das war das... Weißt du, das war das wert? Ja, das war die ganze Zeit. Jungle durch mit Braum und dann gehen wir Mitte und fahren da durch. Aber das Ding ist ja, hier haben wir ein... Machen halt beide Seiten, ne? Das heißt, ihr habt dieses dumme Two vs. Two. Wo ihr aber besser seid, weil ihr die Range habt. Das heißt, wenn ihr die zuerst durchpusht, ist halt übel nice. Ja. Und ich würde halt im besten Fall pickst du halt irgendwas so, oder womit ich halt auch immer wieder das Toe und Toe zum Spree vs. Toe machen kann. Spielst du mit Exhaust oder mit Smite? Ja, ich glaube Exhaust. Exhaust ist besser. Exhaust ist besser. Ja, ich glaube Exhaust ist besser. Dann waren wir noch Brand. Aber ich gehe, ich gehe auf jeden Fall noch supported. Okay, was brauchen wir noch? Äh, Zyra von mir aus noch. Ich glaube, es ist sofort oder sowas. Ja, Zyra würde ich auch mal. Hm, wir haben halt die Morgana gebannt, ne? Ist ein bisschen lame. Jetzt übertreiben sie aber komplett. Jetzt gehen sie doch nur, nur, alter. Ei, ei, ei. Ich mache es ja mit Funling. Das machen wir. So eine Soraka, Soraka, Soraka. War noch nie gespielt, aber das geht garantiert. Scheint ist schon sweet, ey. Ja, warum nicht? Klar. Ja, und das Ding dann noch? Kannst du erstmal so wacker. So eine TF sehe ich halt hier nur sterben, so. Ich sehe dich halt keine Sekunde useful. Ja, woher so für den Peter gegen Sinsch? Nee, wie soll ich das Problem sein? Ja, da kommt da eine Karte so. I don't know. Ja, da bist du ja da. Ja, da bist du ja da. Ich brauche ja Tanki. Und ich kann halt den East dann und Sinsch dann. Na gut. Dann, äh. Also wie ihr wollt. Ich kann auch halber Dinger. Du musst jetzt halber Dinger spielen. Soll ich? Nee, dann haben wir voll viel Magic Damage. Aber wir haben einen Kaiser, das reicht doch. Nee, geht hier nicht alle. Nee, geht hier nicht alle. Ja, gib mir Heimer, gib mir Heimer. Mit TF hätten wir ja auch nicht viel mehr Schaden. Sie übertragen mal möglich, what the fuck. Gehst du Heal oder was? Hä? Gehst du Heal oder was? Nee, ich gehe TP. Wird noch Luci und Lulu oder sowas picken müssen, ey. Der Tausch wurde abgebrochen. Nee, jetzt hab ich so raggede. Kümmer bitte, ich muss noch. Ey, ich muss halt permanent pushen, Brodo. Push, 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 push. Let's try. Du bist Heimat, Dinger. Du bist Heimat, Dinger. Da kommt... Also... Weh, Max. Gib ihm. Gib ihm. Die werden euch halt hart in Welten, ne? Die werden halt übel viel in unserem Jungle shimmeln, ne? Ja. Spiel einfach auch mit Smite und geh mit Soraka-Jungeln. Ich glaub, ich weiß nicht, ob Kutsch hat vielleicht... Alter, die werden halt viermal Smite haben. Weißt du, komm, ich nehme einfach alle Smite mit. Viermal Smite, du musst einmal noch Nunu-Ding. Komm, ich pack noch Smite rein, Jungs. Let's go. Ich auch. Au doch, Solar! Das ist doch kompletter Insid, ihr dumm? Nein. Scheiß drauf. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, Junge. Klar. Jetzt haben wir keinen Exos für je. Guter Plan. Recht gut, ey. Wie bringt nichts. Wie bringt doch eh nichts. Ja. Fünfmal, ich hab's einfach prediktet. Fünfmal, was? Oh Mann, das ist so eine Fiesta. Komplett easy, Jungs. Eigentlich würde ich sagen, warum wem die uns so hart, aber bei dem Meta feier ich einfach. Jo, safe. Das dumme ist, das ist wahrscheinlich sogar useful. Gut, vielleicht sind die Sticken nicht, aber ansonsten. Ah, Soda. Wir müssen 100% auf der Podcast haben. Alter, ich komm, by the way, Boots first. Boots first, und dann kann ich auch roam. Komm ich immer zu der Jungle Invade und alles wegspide. Wir machen einfach Topside-Junglein komplett leer. Ich fände das noch gar genauso. Wir müssen, wir müssen Kops. Topside ist unsere Lane, Leute. Topside. Das ist unsere Lane im Web. Nee, eher Boots first. Ich hab kein TP. Aber Soda hat TP. Ja komm, dann gehen wir Topside Invade. Warum gehen wir nicht einfach alle zu 5 runter und pushen durch, wenn die Junglen wollen. Weil das nicht über lange dauert. Boah, Alter, wollen wir einfach 5 mal runter. Der ist super kacke, Alter. Nee, die Damage Reduction ist immer noch. Ja, wir nehmen einfach den Topside-Jungle. Wir pushen einfach Mitte durch. Auf keinen Fall. Aber wir hätten so eine Push-Komponieren sollen. Jo, dann einfach 5 mal runter und einfach durch. Ey, Kucha, Kucha, Kucha. Was magst du dich auf Soraka? Äh, Q. Wenn du ein Battle Soraka spielst. Eh, oder? Eh, eh mein ich, ja. Wirklich? Den Silence? Ja, der ist cool. Stun Ration wird auch höher, oder was? Ja, der ist halt Pointing-Click und macht halt übelsten Damage. Also, den kann man nicht dodgen. Ah, ich, Q-Side in Skillshare, ne? Das macht schon ein bisschen mehr Spaß. Ja, ich auch. Ja, aber das ist ja nur Gefeet als Skillshare. E-Makes ist wirklich broken. Na gut. Wollen wir anfangen, oder was? Ja, wir nehmen ja einfach alle Camps. Willst du recht auf Bottom gehen? Was soll ich denn machen? Ja, ich tue Topside. Ich spiel quasi Topside. Wer benutzt jetzt Smile? Lass doch mal machen, lass doch mal machen. Ja, okay, Lanesbrock. Okay, dann. Aber ja. Naja, weil wir jetzt die ganze Zeit Topside spielen werden. Das heißt, ihr könnt schneller pushen die Türme. Aber welche Buffs nehmen wir denn hier alle? Alles. Wir smiten zweimal den Red. Ihr smiten erstmal den Red. Ich krieg den. Okay. Danach machen wir das. Den Cast guck ich mit Cave nochmal an. Und dann pushen wir Top-Lit-Turid. What is happening? Okay, Leute. Das klingt nach einem legit guten Plan. Brauchen wir noch einen Smite? Ne, ich spare mir mal. Oh Gott, nein. Ja. Alter, 1 OP. Ja, we're fine. Ich kann da tanken und dann smiten. Schönen Tag. Aber die ganze Zeit Panic Duel. Fickst es die, ne? Ja, ist bis jetzt das normalste an dem Game, ne? Ne, Crump noch. Golems. Ich spiel den. Ja. Wollt ihr ein bisschen näher rein gehen, damit man euch nicht sieht, by the way? Das ist doch egal. Oh. Den hab ich. Ups. Ja gut, dann machen wir noch Krabber, würde ich sagen. Ich nehme mir die Midlane an. Achso, ne. Du musst ja die Midlane annehmen. Oh, hier, 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 hier. Ja, die holen wir. Komm, 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 komm. Den fein wir. Oh. Den schießt, den schießt ihr bei mir. Echt so auch nicht? Komm zu uns. Ich hab Backup. Oh, der ist da sitzt. Hier, hier, hier. Ja, ich. Eine hab ich noch. Easy. Slow ist auch noch drauf. Das ist das. 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 Ich hab ja gar kein Relic gebaut, ne? Das war ja irgendwie gar nicht so. Die Sache ist, du machst das ganze Zeug ist weg. Ja, ja. Top-Seite ist weg, Top-Seite ist weg. Ja, das ist das. Das habe ich spiel gerade. Krabbe ist hier und... Ich geh mal gucken, was noch ab bis Jungs. Ich mach eine Inventur. Komm, wir machen Krabbe erst mal. Ich mach eine Inventur. Hat der Nunu einen Red? Ne. Der Red ist gone. Der Red ist gone. Red ist gone. Raptoren, Goolems sind auch gone. Oh, hier, hier, hier. Der Nunu, der Nunu. Ja. Oh, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Klick hat kein Mark drauf. Ich bin auf Nummer 1. Ich guck mal, dass ich die Mitteln freeze. He kommt hier. In Nunu? Beide Flash. Ne und raus. Meister I und Terry kommt. Ne und raus. Ich guck, ob ich Mitteln freeze'n kann. Ne, kann ich nicht. Ich pull den einfach, den Drake. Geil. Die Noobs. Hier, Master Yi macht die Raptoren. Jawoll, du! Junge! Der hat ein Champion gefunden! Ich hab nicht auf Aufnehmen gedrückt. Oh Mann, ey. Oh nee. Oh Mann, ey. Das ist mir im ersten Game passiert. Ja, die machen hier immer noch die Golems, äh, die Raptoren, würd ich sagen. Oh, nee. Die sind, äh. Der Taric ist wutentbrannt. Hey, Leute, ihr habt nichts verpasst. Ich hab nur einen Kill geholt. Auf Heimerdinger. 1v1, by the way. 1v1, by the way. Ey, ey. Du musst auch hier mittelfarmen, ne? Ja, ich komm ja. Ich muss kurz resetten. Ah, ehrlich. Guck mal, die haben Angst. Wir sollten vielleicht nicht so krass XP sharen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich geh mal weg, ich geh mal weg. Ich geh mal weg. Ich hol mir Relic noch, oder? Nee. Ist halt so ein bisschen spät. Redemption first. Ja. Der Sin hat sechs Farms. Also wirklich, Redemption first. Okay. Ähm. Ja, ich mach mal den Venturen Topside Jungle, aber ihr müsst halt den Jungle ein bisschen besser farmen, ne? Das... Du hast nicht vergessen, dass du auch farmen musst. Wie sollen wir das denn machen? Ja, das passt. Ja, ihr müsst halt durchtuschen. Die haben unten Botside gestartet. Wir können ja auch eigentlich fighten. Ja, aber Raptoren sind ab. Ja, weil er hat noch keine MW, um auf die zu jumpen. Die sind hier wieder miss. Die hat in der Liga genommen. Ja, das wollte ich grad sagen. Aber da hab ich noch einen Q rein gehauen. Okay, aber Topside sind zwei Clans. Ja, das ist wahrscheinlich einer noch. Äh, ich komm... Kann sein, dass die von hier kommen. Achtung, 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 Alarm, 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 Alarm. Hast du nicht? Ah, ja. Hast du... Hast du... Nee. Hast du mitteilten? Oh, scheiße, wandern an den Förder. Haben wir schon mit vergessen. Ich kann mitleinheit leider nicht fließen, ne? Jetzt hab ich ein bisschen. Ich darf es super low. Komm, wir diven. Oh. Die machen die Dings. Die wird jetzt da oben hin, oder was machen wir? Du könnt auch bleiben. Mhm. Wir fangen die gleich hier ab, wenn die wieder mitte gehen wollen. Oder? Oder wollen wir Toplayer einfach diven und turret holen? Oh, ich hab den Autotech nicht mehr durchgekriegt. Das gibt's nicht. Er hat geflasht. Schade. Ooooooh. Ich hab halt automatisch... Die Kunde, die snipe ich, die snipe ich. Die snipe ich, die snipe ich. Hier, hier, hier. Ups, ups, ups. Okay, nein. Nein! Kato ist Level 6, by the way. Ich bin nur Level 2. Level 2. Was? Wir funktionieren unsere Strategie nicht ganz so gut wie deren Strategie gerade, oder? Ne, noch nicht ganz. Warte, vor meiner Ausdehler ist auch bei meiner Hochzeit oder sowas. Sollen wir fangen alle an zu schreien und zu jubeln. 30 zu 13. Also, mitlane ist eine große Wave, du müsstest jetzt kommen, Underkey. Ne, Solah nimmt die einfach. Wir pushen Top. Okay, dann versuche ich noch weiter zu freezen. Achso. Der sind jetzt wirklich übertrieben weak. Der hat ja auch Hunter's Thales mal gestartet. Ach du, der Yi ist 6, ne? Ach du bist ja auch 6. Ach du bist ja auch 6. Ja, ja. Danach unser Blue. Warum? Alter. Die Heimer-Legende. Wird's nicht gierig werden. Der will aber. Oh ja, Enemy-Jungle, Enemy-Jungle. Da war der Silence eigentlich gut, aber... Ja. Ich kann ja nicht mehr helfen. Ich ruche die Mitte aus. Ich glaube, ich habe mir mein Leben noch nicht Redemption gebaut. Das versuche ich immer. Hier. Oh, du bist ein Gott, alter. Achtung, Solo von hier. Ja, ja. Okay. Top-Wade für Underkey. Dann Blooper für Underkey. Ich bring dir die Krabbe-Kipp. Jawohl. Ja, wir können halt den Cinch easy abfarmen, ne? Der ist halt super weak. 22 CS. Schilling Smile. Ja, ich sag's euch. Ich werde richtig fett. Das ist genau das. Ich bin der höchste Level-Faster. Oh, wunderschön gemacht. Wunderschön. Ich bin Fortnite. Die Legende. Oh, shit. Das reicht aber nicht, oder? Der so tanky ist, alter. Also, ich versuche mitlein zu freezen. Für dich, so da. Aber noch kein Dammit. Achtung, die kommen voll. Die kommen, die kommen. Top, die kommen, top. Ich glaube, wir wollen Blue-Wuffin wählen vielleicht. Ja. Okay. Ich hab's mal, ich hab's mal. 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 Hab ihn. Achtung, die kommen dort. Top mit 3, Top mit 3. So. Ach, schade. Okay, du musst oben rum raus oder so. Die, die kenne ich so oder so. Kannst du vielleicht tippen, Kevin? Ich komm, ich komm, ich komm. Aber die haben halt ULs, die dürfen nicht jetzt safe. Kevin hast du... Das ist fein. Oh, ne, die wollen nicht. Die wollen nicht von hinten diven, glaub ich. Die wollen die Camps rollen. Die wollen die Camps rollen. Ja. Warte, ich kann da rein tippen. Wollen wir? Ja, ja, ja. Aber die haben noch alle ULs ab. Mann, wie viel ein Minion. Äh, Terry geht ja keine Ult. Sinn! Kein Flash, Lea? Sind auch lechter. Ich bin unterwegs. Ich mag mal, wo ich Bud Lite show 여imo ist. Ah, das haben wir da, im Video. ULschjach depart. Wuschtab durch? Mussät sich, alles gut. Ich geb mich. Ja, doch können wir töten nicht auf wem. Was ist... Bissen besonderes. Pinkgrotz. Pinkgrotz... Was bist du wichtig? Wir sind die, die sicher Side-Pank, bei jeder weight. habe ich einen wenn ich sofort nur zeigen wir haben mich da wo das gold ist ja was machst du jetzt macht ihn ich hab seine zentralen die ollen mich halt bitte ich glaube ich meine ich habe tp jetzt ich kann besser mit ich bin auch da wenn du fressen willst gerade sind wir aktuell auf jeden fall noch stärker würde ich sagen weil ich halt so viel mehr mache als erst noch mal ein catch machen können wir das mit beschweren 40 sekunden ich habe hier ein bisschen aufbauen da müssen wir einfach installieren wenn die zu zweit herumlaufen ich habe und wieder an acht das sind jetzt ein bisschen mehr zeit als ich aber ich kann jederzeit zu finden gleich gleich zehn sekunden werden dafür waschen ja was machen wir was im ständigen beiden oder kein wort das steht einer dies meinten den halb 30.000 mal ich habe ein bisschen aufs maul bekommen sohn ist von so da war glaube ich nicht ganz gewollt ja 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 ich habe ich glaube ich bin ein bisschen da war der eisbein doch nicht das kathos wird gesungen ist aber die hat man nicht so gut ja habe ich vielleicht müssen wir schätzen aber ich hatte auch nicht mehr so viel ich habe ich okay du warst voll hast du oder mir die ganze fall käme ich einfach an dein arsch oder immer da sind ja noch vielleicht ich habe mal und ich habe mal redemption ganz merkwürdig wenn wir hier sind das kathos mit seinem eben eine tür einfach nebenbei tötet ein bisschen belastend ein bisschen weiter weg stellen die sich dann der menschen würde ich aber die ganze zeit heilen dann ist oder ein ding hier ist für mich so viel mit es wird es nicht mehr für aber der ist halt zu weit weg von mir weiß ich kann auch weiter ging es nicht stoppen ich mache den komplett kaputt würde fallen relativ weit weg ist ja ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da die pro stadt trinket sogar zwei vielleicht oder herren tom und herren finde ich lecker kann ich noch ein hit auf den türk machen für das gold kann ja nicht vor allem kutzes richtig getätet so der twitch all over again ja kriegst keine extra gold ja 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 hast du noch ein zweites ja klar dann haue ich rein ich muss jetzt kommen damit ich hier die natürlich du bist du wieder Ditcher ey ne klasse video oder ok dafür heile ich dich ich brauche ihn erst wieder mit komm klasse ja klar kann man mitgehen ich hab doch Geld ja ich hab ne ult up für dich so oder aber pass auf ne die dive stoppie von dem ist nicht ich aktiviere meinen predator ja ist alles ok ist alles gut es mag es mag es hat jetzt kommen es hat jetzt kommt sein ist es drauf es ist ganz einfach nur hier und kommt durch ja genau den weg leider der super low ja ja komm schon pass auf nicht in die dreck wie ist das denn wie ist das denn nein ich bin die ganze Zeit daneben ich seitdem das so hundertprozentig oh ach ist das gay jetzt weißt du wie ich nicht viel höre aber du warst 100 pro dran ne war ich nicht doch doch so gehst du mir auch immer ne ich kann nicht verstehen aber du warst 200 pro dran auf unserem bildschirm ja alles easy ja alles easy alles easy kürz haste mana aha aber den hapte den hapte sorry ich zieh wieder rein ich zieh wieder rein Ja, das stimmt! Scheiß die Wand an! Das war jetzt gar nicht so gut. Mann, ich wollte Recon fürs Sohn-Zieler, ne? Ja, was soll ich machen? Ich kann ihn mal nicht fragen, ob er es lässt, aber... Botlane, Botlane, Botlane! Oh, Scheiße! Er hat so viel Farben verloren! Scheiße, es tut mir so leid, ey! Wir machen! Auf einmal läuft die Sache hier, ne? Kann einer in der Mitte? Kann einer in der Mitte? Ja, ich habe 5 dp. Nee, ich waved der, easy. Die ist am Red gerade. Was ich da vorher hab. Klasse, endlich kriege ich auch mal fahren. Die haben auch keinen Schuh, ne? Sindscht unten? Ja, ich kam ja nicht! Ich laufe die ganze Zeit mit 2000 Gold rum! Ah... Ich wollte irgendwas Böses mit ihm machen. Ich geh, glaube ich. Ja, du wusstest nicht HP! Was für Meiji! Nee, das kommt, Jungs! Nee, der One-Shot hier gar nicht. Nee, Meiji ist echt scheiße! Nee, du hast so kein Ding! Nee, du hast so Wattland-Shirt gehen! Für Zupi! Mann! Mann, Jolly Troll! Das ist so was für solche Items. Einfach Gamesterschön! Jungs, wenns er tut, dann geb ich euch allen dir aus. Nee, wenns verliert, Mann! Das bringt doch nichts! Was ist so? Weg in 30, ne? Brauchen wir die hier kollapsen? Hier, hier, hier! Ja, hier, hier! Ja, hier, hier! Gebot da da rein! Ich bin ne Predator! Oder? Der Junge ist gesilenced! Ah, scheiße! Ja, hier! Ja, hier! Ja, hier! Ist geslowed! Ich bin auch bei Solar! Ich komm da nicht ran! Ah, der Predator! Zack! Du bist so ein Zinscht! Braucht wir ja die ult? Nee, ne? Komm doch mal! Komm, Redemption, Jungs! Redemption, Jungs! Redemption! Wir gehen hier rein! Auf, auf, auf! Ich hab' ihn 20-Jungs! Ich hab' ihn 20-Jungs! Ich hab' ihn 20-Jungs! Komm auch ult! Gib den! Ist gesilenced! Weg, 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 weg! Uh tut! Uhen, Uh tut! Uut ist da! makk, 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 make, makk! Jaa Graph quê ist nicht? Daher? Jaa... Detarren wir ihnen noch! Oh, dass kommen wir ihnen noch! Den hast du! Du geh mitlainen! Ich geh botlainen... Und danach kommst du auch zu botlainen... Ohh, der Sneil! Kommst du botlainen freakin! Fertство kriegt er nicht auf? Ja, den Tyrion, der holendEum Wrecke-, OIT willst du auf? BockWAT?! Der hat mich grad einfach komplett gefickt. Giga Smurf, Alter. Giga Smurf. Oh, die Knallpflanze. Nächster Snipe, komm. Der sitzt. Nimm die Wave, nimm die Wave lieber. Hat er vielleicht viel geflasht? Oh, ne. Wie schnell ist der Spass? Ja. Alter, oben Rekken Nudo hat mich grad einfach aus dem Leben. Oh Mann. Ähm. Richtig awkward, Alter. Ab in die Türmchen. Alter, macht einfach ein noch Elfte Leben. Da gibt's ja immer noch. Die sind alle oben, du kannst weiter unten durchbuschen. Aber wie kennst du die Tim? Alter, wie lang hast du denn überlebt? Ich geh mir, ich geh erstmal meine 2000 Gold Spenden. Okay, aber ich geb dir die Wissen. Oh, klasse, klasse, klasse. Du müsst halt auch in der Shop passen, ne? Ja, die Benni jetzt machen wahrscheinlich so. Die Benni, wenn die da sind, müssen wir da sein, weil die ziehen sonst durch. Ja, bei 5 Smites, die machen, wenn die 800 der Match machen, müssen wir 4.5 Smites. Ich glaub an dich, du machst das. Double Mounten? Stil wird kein Problem, Stil wird kein Problem. Wieso, wir haben auch 3 Smites. Jo, einfach mal gucken, was passiert. Hey, Kevin, ich hab hier noch einen für dich. Ja. Alter, der hat mich auf komplett aus dem Leben gefickt. Ich hab gar nicht damit gerechnet. Oh, da kommt Bart, da kommt Bart, scheiße. Ja, ich komm nicht raus. Komm mal herknimm, hier. Passt, ich hab auch 3.000 Gold. Geil, so muss das, Jungs. Junge, 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 ich bin langsam gefeedet hier. Will ich hören. Bellminder ist ab. Geil. Ich freut's ab. Ah, Jungs. Nee, der ist mein Service ja besser. Wir brauchen einfach nur MR und töten den Deal. Ist das nicht so klar? Ich hab'n Nash, was tut, kann ich noch kurz... Die hat leider jetzt ne QSS, ne? Das ist halt wirklich gefährlich. Ach, papalapap. Aber ja. Die Silent sitzen. Patz, patz. Die wollen hier unten so'n Nash, ne? Jetzt nimmst du's noch mal Base. Busch da wieder Botlane durch. Die können wieder roam hier. Also passt auf von hier. Kartus Wall. Ja. Trump Wall. Ja. Kartus hat so viel vor, oder? Ach, so viel hat er doch nicht. 200, das geht eigentlich. Ist nicht so viel in der Minute. Der könnte jetzt schon bei 260 sein eigentlich. Oh? Oh, du hüt, du hüt. Vorsichtig, vorsichtig. Ah. Schön. Können wir Botnam rotieren? Der ist super low, ja. Ah, nee, Nash, Nash, Nash. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht, gar nicht. Können wir Nash? Wir machen einfach Nash. Wir können Nash. Ist eh ein Kartus. T, 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 Nash. Ja, aber wir können doch auch... Die könnten fighten einfach, oder? Ja, ja, ja. Wir können doch auf uns warten. Ja, ja. Wir sollten auf jeden Fall wegen Kartus aufpassen. Komm gleich runter. Ja. Braum-Ulti, Braum-Ulti. Kommt, kommt, kommt. Redemption kommt. Fünf-Mann-Ulti. Oh, der Damage. Haut sie weg. Kommt denn. Ja. Haben wir sie? Nee. Das gibt's doch nicht. Oh, die ist nicht. Sonia. Oh, Sonia. Der Heimatdinger. Von paus auf. Oh, was für feit sind das denn? WUSCHLATCHIT. WUSCHLATCHIT. komm so noch nicht ich brauche mir jetzt erst mal ein rauch verstanden ich brauche jetzt erst mal da denn für ein game um ein top land fahren da oben das sehe ich ich versuche dazu frisen aber das schmerzen der innenrücken wir müssen den kaputt ich weiß ich nicht wie schnell weniger damage macht er an sich er hat so rake die dagegen heilt da gerade in die fight position Du kannst ja Boots changen, das ist eh voll wert, wenn du Banschies gehst. Aber zu was? Ja. Ninja. Ninja? Ninja? Nein. Dann geh Penn, dann geh Penn. Nee, wir wollen ja noch, der darf nicht schlafen. Nee, ich geh einfach jetzt auf die andere Seite. Komm, wir gehen einfach Mitte durch. Kein Problem mit Kartus Damage. Okay. Hat er die UEF schon riesig unten. Ja. Dude, haben wir schon mal so eine Top-Side für Vision, für Nash? Kann sein, dass der Sinch mir hier rein, doch mit die Ärmchen. Komm, wir gehen einfach Nash. Komm, 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 komm. Das hat doch gar keinen Sinn. Warum? Wir können doch hier rüberjumpen. Wir können hier rüberjumpen. Wir sind super schnell. Wir haben nicht mehr einen Pink Ward. Doch, haben wir. Wir können doch einfach hier rüber springen und das schnell machen. Wir sind... Warte, 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 warte. Okay. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. So, das ist dann oder was soll ich? Ach du. Ja, gut. Da war jetzt nichts. Hier rein, einfach hier rein. Wir werden gleich geklenkt wahrscheinlich. Hier rein, hier rein. Hier rein, hier rein. Na geh´d nirgends drauf, Là komm. Da reversing da raus, komm raus. Kaevin, da geht nirgends rein. K ..und Cinsch hinter uns? Hä? Ja, wir wurden grad von 2 von 3 Seiten geflänkt. Uh. Das tut dir ganz schön weh. es ist da kriegt er den cinch vielleicht ne ne der holt und weg wir haben keine kartus die sind nicht dran was macht unser kaiser damit jetzt jetzt ja nicht auf einer höhe mit uns da müsste mit uns reden wenn du das macht das ist ja okay aber du bist da so und in kranten weil ich mich gar nicht konzentrieren ich kann mich dann nicht gut beginnt schweiß drauf kommt für mich scheiße macht die jenny macht die doch die mensch jetzt verkauft den scheiß soll sie gleich kommen wir gehen wir gehen es beginnest ich habe tp ready wenn du jetzt nicht gleich die angreifst mit uns dann flipp ich hier kommt der hat die kompletten warum ein dummes maul und spieler trauma richtig ein bisschen ich helfe dir ganz sicheres ding das klasse ja 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 jungs dann ist das für das game der zweiten macht da bin ich ehrlich heilige mutter theresa ich habe aber doch sekunde das sollte wirklich kommen doch noch genug mache ich danach kein problem egal dass man aber den karten ist nicht stark so ist ja nichts mehr ja die durch die uhr hat mir gerade schon ganz gut schaden deswegen jetzt wollen wir nicht übertreiben wie toll ist das ist schon einfach und schon durch die und das wird hier nicht passieren verkauft ihr die schenke mal erst mal mit weh zack half life oder was oder soll ich botlein wartet wartet wir können das dürfen wir können das ich brauche da easy rein ja 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 jungs ich heiße diese stilte weil da denke ich immer ihr macht dumme sachen wo ist der kathos sind da ja wir machen nur mal sachen aber es ist fein wir haben keine eier geben wir wollen ok snipe da weiter rein guck mal hier der damage zack gleich getroffen aber kevin macht da kurz einen prozess das ist ja der kann doch nichts machen gegen Nash echt die cannons knallen leider richtig rein einfach chillen jungs hier komm ich mit dem ganzen jungle von dem noch mit zack wischen stellen wir auch noch zack zack so die gehen jetzt für kevin wir können ja ich könnte für die mitte gehen ich kann da ganz ruhig für die mitte gehen entspannen haben wir haben wir haben wir super 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 wie kommt das nee die wollen das kämpfen ich mache und das ist ein schönes sein Feld kack 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 der ist tot da kann man spielen da kann man spielen da kann man spielen mach es mach es mach es mach es der ist tot der ist tot haben wir noch irgendwas ne haben wir noch irgendwas jetzt nehmen wir geil das war ein spaßigeres game wunderbar die meta ist langweilig das sind alles 15 jährige kleine kiddos das muss man dazu wissen hau da rein easy nexus easy game easy life ja weil die die ganze zeit gesagt haben der random gg automat funktioniert nicht wir wissen nicht für welche Rolle ich spiele hihihi und dann auch mal ein win für euch hihihi 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 easy peasy hau da rein bestes game ever so das me das b das